Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Heute wieder zu einer Wochendeko in diesem Planer. Im letzten Wochendeko-Video haben wir ja die hier gemacht, die ich immer noch nicht beschriftet habe, wie man sieht. Und ja, ich bin ja gerade fleißig auf Aufholjagd hier drin und bin so ein bisschen gehypt von meinen neuen London Gifties Tapes. Und ja, als ich das hier so liegen sah, war, ich hatte mir dieses Gütti hier rausgeklaut und irgendwie habe ich gedacht, boah, das wird ja mega gut zusammenpassen. Und dann habe ich noch diese beiden Tapes gefunden und dachte mir so, ja, matcht. Ja, und dann habe ich gedacht, ich könnte auch mal wieder eine Schablone nehmen. Das hatte ich ja im letzten Vlog schon angedeutet, dass ich das irgendwie gerne mal öfter wieder machen würde und habe dann gedacht, so, ja, mit diesem Mandala, das könnte was geben. Ja. Und hier sind wir. Und ich würde jetzt hier raus gerne irgendwas machen. Ich weiß noch nicht so richtig wie und was und warum, aber ich würde sagen, lasst uns drauf loskleben. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert, was daraus wird. Ich weiß es nämlich nicht. Aber die Kombination hat mir hier schon mal extrem gut gefallen, muss ich sagen. Und dieses MT-Tape hier habe ich auch ewig nicht benutzt. Irgendwie, ich muss meine Schere, glaube ich, mal sauber machen. Die geht ganz schwer. Ist so ein bisschen ätzend. Ja, und auch das Lin-Shearing Tape, das geht ja bekanntlich auch immer. Das ist einfach gut. Ja, und ich habe tatsächlich jetzt auch gerade wieder ein bisschen Lust auf Wochendekos. Und ja, schauen wir einfach mal, wie lange das anhält und ob ich es tatsächlich schaffe, hier alle fehlenden Dekos auch nachzuholen. Okay, das habe ich jetzt völlig schief abgeschnitten. Egal. Ich glaube, das liegt echt an dieser... Soll ich mal lieber die hier nehmen, aber die ist so groß. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich hier dazu vielleicht noch... Ach, ich wollte doch die hier nehmen. Ob ich dazu noch das ein oder andere Mädel irgendwie verklebe, so Richtung Windry oder sowas. Und vielleicht auch noch ein paar andere Stuben oder so. Also ich finde dieses hier jetzt gar nicht mal so cool, aber das passt einfach unheimlich gut zu diesen Stiefmütterchen. Sodass ich dachte, ich verlasse jetzt mal meine Farbkomfortzone. Also Lila ist ja eigentlich auch gar nicht meins. Also Blau, das geht alles. Blau ist gut. Aber Lila... Äh... Ne. So... Ja, weiß ich auch nicht. Das reißt schon. Ist ja toll. Jetzt müsste ich vielleicht auch irgendwie einfach durchreißen, oder? Ach, erstmal kommt das hier oben noch hin. Ich glaube auch, es wird gar nicht mehr so ein langes Video für euch jetzt wahrscheinlich. Ähm... Könnt ihr mir vorstellen, dass ich diese Woche ein Deko ja relativ schnell abgehakt kriege. Zumal ich euch jetzt den Anfang ja auch schon, äh... Oh, es ist immer noch schief. Sag mal. Ja, äh, zumal ich euch den Anfang jetzt auch weggespult hatte. Einfach weil das dauert halt ein paar Minuten. Habe ich überhaupt die Kamera wieder angestellt? Äh... Ja, hab ich. Gut. Kurz Panik. Ähm... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche gut passen würden. Eigentlich ja so diese Ligern hier, ne? Weil ich die mit Orange schon auch nicht so verkehrt finde. Die sind fast ein bisschen pastellig. Hm... Ich schneide mir einfach mal ein paar raus hier, die passen könnten von der Farbe her. Dann gucken wir gleich mal, was wir noch dazu haben. Vielleicht auch ein paar Fabi-Gastiker. Hm... Hm... Die vielleicht. Ach, ich glaube, die sind mir zu heftig. Ich nehme mal einfach jetzt noch diese hier. Diese beiden. Die hier. Diese roten sind auch so schöne. Ja, also ich bin sehr happy, dass ich das Cape doch genommen habe. Und was haben wir hier noch? Eigentlich wären die hier oben auch schon ziemlich gut. Ach, das sind viel zu viele. Äh... Egal. Ja, vielleicht. Ich glaube, ich habe Lust auf Biber-Sticker. Biber-Sticker gehen immer. Und wir könnten natürlich auch noch was stempeln. Hackt sich nur... Was? Hm... Weiß ich auch nicht. So, was haben wir denn hier noch? Was man da nehmen könnte. So was vielleicht... Das ist nicht die Original-Tüte, falls sich das jemand gefragt hat. Hm... Insekten passen ja sowieso auch immer, weil Tiere jetzt vielleicht nicht so... Schreibt man dann vielleicht auch nicht so. Das ist jetzt die Weihnachtsfraktion... Hm... Blätter, Pilze... Nee... Gräser... Gräser gehen doch auch grundsätzlich immer, oder? Hier noch was angefangen ist. Aber die sind noch neu. Das hätte ich ja auch mal in eine Tüte packen können. Hier sind angefangen. Aber das sind die neuen, ne? Ich nehme von den alten noch irgendwie was. Ach, egal. Ich nehme jetzt das, was hier schon angefangen ist. Und... Was habe ich jetzt hier eben noch? Hier sind auch noch ein paar Pflanzen. Vielleicht können wir die mal alle machen. Ja, so. Das mal aus dem Weg hoch. Entschuldigung, ich habe geruckelt. Ach, alles was Dreck machen kann, hier weg. So. Okay. Ja, was machen wir da nun? Das wird wieder schwierig. Ich schneide erstmal die paar Dinger hier aus. Ja, es gibt jetzt auch tatsächlich gar nicht so viel Neues, was ich euch erzählen kann, weil seit der anderen Videos für mich jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen ist. Weil ich jetzt gerade wirklich das Zeitfenster nutze, in der ich auf meine Korrekturen warte von der Masterarbeit, um hier ein paar Videos zu machen. Weil ich auch gerade einfach unheimliche Lust dazu habe, muss ich auch sagen. Ja, und tatsächlich... Ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich hatte... Es könnte halt sein, dass ich euch schon gesagt habe, dass ich die Arbeit schon abgegeben habe, falls ich das dann schon getan habe. Aktuell habe ich das nicht. Also ich habe schon jetzt zwei, drei, vier Korrekturläufe gemacht und auch schon einiges eingearbeitet. Ich habe bis heute Nacht relativ lange gesessen und gearbeitet, weil irgendwie... Ja, wollte ich dann einfach einen kompletten Durchlauf fertig haben und... Ja, habe dann so ein bisschen Nachtschicht eingelegt, aber war dann auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass es dann durch war. Muss ich sagen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie die nächsten Tage noch verlaufen. Und ich bin aber eigentlich optimistisch, dass das dann alles auch so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Genau, so weit der Plan. Schauen wir mal. Ja, und ich bin wie gesagt sehr, sehr happy über diese ganzen London Gifties Tapes, die hier auch stehen. Ich habe auch überlegt, von diesen Motten würde farblich auch was passen, aber ich weiß nicht, ob es dann nicht auch einfach ein bisschen viel ist irgendwie. Und ja, möglicherweise habe ich auch schon wieder bestellt. Schande über mich. Aber ja, momentan bin ich einfach wieder ein bisschen hyped, weil ich tatsächlich auch... Also ich finde die Qualität jetzt von denen hier, von diesen neuartigen Tapes mit diesen Matten und diesem besonderen Druck... Ich glaube halt, das Besondere dabei ist, dass die halt wirklich gar nicht mehr durchscheinend sind. Also ich meine, normal hat man ja schon bei den PT-Stickern, dass die... Ich meine, das hier ist doch die alte Version, sieht man das da nicht so ein bisschen? Die halt schon... Ne, hier sieht man es jetzt natürlich nicht. Aber dass die schon so ein bisschen transparent sind und ich glaube, dass es hier einfach nicht der Fall ist und irgendwie... Ja, spricht mich einfach total an, muss ich sagen. Also gefällt mir wahnsinnig gut. So, wie machen wir das denn jetzt? Ich will ja jetzt auch nicht zu viel hier irgendwie immer... So... Ich mag das nicht, wenn das so symmetrisch ist, muss ich sagen. Vielleicht mache ich die hier so an Rand. Das ist natürlich auch ein Vorteil jetzt von... Ähm... Nicht... Wenn es nicht im Sticker-Album geklebt ist, dass ich die hier halt noch so ein bisschen positionieren kann, wie es mir gefällt. Das ist durchaus ein Vorteil. So, erstmal kommen hier jetzt Bibersticker hin. Ja, irgendwie hier muss ja auch noch was hin. Was machen wir denn da? Kleben wir erstmal Gras hin. Okay, vielleicht wird das Video doch nicht so auf der Stelle, wie ich gedacht hatte. Ups. Hier ist noch so ein kleineres. Das nochmal. Ja, und Bibersticker sind natürlich nach wie vor ungeschlagen. Den sieht man jetzt fast gar nicht. Egal. Bleibt trotzdem da. Also die London-Gifties-Sachen sind halt immer wahnsinnig groß. Das ist so ein bisschen Nachteil. Also eigentlich müsste ja hier so eine dicke Blume hin, ne? Und dann könnte hier doch noch so ein Blatt hin und fahren. Das machen wir jetzt einfach mal. Guckt hier neben. So. Ja, und ich klebe die jetzt einfach auf, bevor ich es mir wieder anders überlege. Ach so, was wir auch noch machen könnten. Ich hoffe, es schaufelt nicht, aber es könnte rumpeln. Okay, es ist gut gegangen. Hier in diesem Sample-Ordner. Vielleicht ist da ja auch noch was drin, was passt. So ein Häuschen. Das mag ich auch einfach. Also ich liebe diese Aufbewahrung. Hier sind die ganzen coolen Tapes, die mir Daniela gegeben hat. Mit den Früchten. Das ist auch einfach so cool. Also ich bin einfach grad ein bisschen happy. Hm. Hm. Es rumpelt unten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Ja, manche Leute denken immer noch, es ist kein Treppenhaus, sondern ich weiß nicht was. So eins würde ja vielleicht auch passen, oder? Es wird dann fast Sommernachtstraum 2.0. Pilze sind jetzt nicht so passend, das ist sehr winterlich. Der Deutsche wieder passt auch nicht dazu. Das ist sehr herbstlich und sehr kirchenfensterig. Hm. Nee. Okay. Es könnte sein, dass hier irgendwann irgendwas umfällt. Also schlecht finde ich es gar nicht mal. Es wird irgendwie mit dem auch ganz gut zusammenpassen. Okay. Machen wir jetzt einfach mal so. Dann wird das hier eigentlich sehr krass. Und dann gibt diesmäßige Deko. Aber egal. Ähm. Man soll die Sachen ja auch benutzen, nicht wahr? Ich glaub, dieses Tape hier hatte ich mir auch als ganze Rolle gekauft und dann tatsächlich wieder verkauft. Einfach... Ja, weil... Wie oft soll man das benutzen? Ähm. Also da reichen mir jetzt halt völlig hier so ein paar... paar Motive. Vielleicht möchte ich dann aber doch was von den Motten haben. Hm. So. Ja, wobei... Also so ein bisschen transparent sind die auch. Ich weiß nicht, seht ihr das? Hm. Ähm. Also so ein bisschen kommen die Linien hier doch durch. Ähm. Achso. Das Tape greifen wir jetzt auch nochmal auf. Teilen das hier noch so ein bisschen. Das ist echt eins immer noch meiner Lieblingstapes. Und die wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ähm. Das ist einfach so schön. Ich mag das so gern. Das ist auch... Ich hatte neulich mal wieder die Instagram-Seite von Lin Chia Ning mir angeguckt. Aber ich muss sagen, irgendwie... Ich glaub, erstens passiert da irgendwie grad gar nicht so viel. Ähm. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist sie glaub ich auch Mutter geworden vor einer Weile. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Also will ich jetzt auch nichts, äh, falsches sagen irgendwie. Äh. Aber ich meine das irgendwie mitzubekommen... mitbekommen zu haben. Ähm. Ähm. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Verkleben das jetzt einfach mal. Das ist ja jetzt ein buntes lilanes Gemisch. Mit, äh, Nachthimmeln. Ja. Ja, natürlich denke ich auch schon über Deko-Planer für nächstes Jahr nach. Ähm. Ich hatte erst gedacht, dass ich vielleicht... Achso, wie wollte ich das denn jetzt haben? So, ne? Ähm. Dass ich vielleicht einen Ringplaner wieder nehme. Dann dachte ich, ich nehme einen vertikalen Planer. Ähm. Also nur so einen Wochenplaner. Wie das im Hobonichi der Fall ist. Aber irgendwie fand ich die Idee dann doch nicht mehr so gut. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also da bin ich noch so ein bisschen aufgeschmissen, worin ich nächstes Jahr Wochendekos machen möchte. Ob ich tatsächlich Wochendekos machen möchte. Ich weiß das alles noch nicht. So. Oh. Oh, jetzt klebt die Nase auf dem Ring. Hm. Können wir dich noch einen halben Millimeter nach da drüben versetzen? Oh. Oh. Können wir nicht. Okay. Dann muss es jetzt da bleiben. Ja, jetzt ist hier schon ganz schön viel Platz weg. Hm. Was können wir denn hier noch hinstempeln? Ich würde ja gerne irgendwas hinstempeln. Ich gucke gerade hier mein Stempelregal an. Vielleicht das hier. Ich versuche nicht zu ruckeln. Oh. Oh. Und ja, hier sind noch ein paar. Guck mal. Also das würde doch gut passen. Dann habe ich hier noch, ähm, den hier. Und dann haben wir hier noch diese Mod. Die würden doch auch super passen, oder? Ja. I like. Dann habe ich hier anders das oben. Und hier ist, äh, Versa Magic Eckplant. Und dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen rum hinstempeln. Ich hatte das hier, äh, gereinkt. Das hat sehr gut funktioniert. Äh, falls sich das jemand gefragt hat. Äh, ich hatte mir ja irgendwann hier dieses Refill-Ding gekauft. Also das, ähm, war gar kein Problem. Das hat super funktioniert. Oh. Da habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Also das hat auch sehr gut funktioniert. So. Hm. Ja, jetzt habe ich von den Biberstickern nicht so viel benutzt, wie ich gedacht habe. Egal. Und den habe ich gar nicht ausgeschnitten, sehe ich gerade. Da hoffen wir, dass uns das jetzt nicht auf die Füße fällt. Nein. Das hat sehr gut geklappt. Okay. Hm. Ja, irgendwie. Das ist mir jetzt hier alles noch so ein bisschen zu, zufällig. Irgendwie. hatte ich mir nicht hier noch, ähm, wenn jetzt hier noch so die hier nochmal so ein bisschen aufgreift an der Seite. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich will hier gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendeinen von diesen Tabs aus Versehen abschneide. Und jetzt packen wir die hier noch hin. So. Ja, ich glaube, das sind jetzt natürlich voll auf gleicher Höhe. Egal. So. Jetzt noch ein paar Motten. Ich glaube, dann lasse ich es auch so. Also hier sind halt auch so, ähm, zwei, drei drin, die ich ganz, äh, potenziell passend fand. Aber die sind fast ein bisschen zu rosa. Äh, die hier. Und die hier. Die hier ginge vielleicht noch. Aber die gehen halt alle so ein bisschen, äh, sehr ins rosa, ne. Das passt jetzt hier nicht so richtig gut zu. Aber auch dieses Tab finde ich total toll. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin so happy über diese Einkäufe jetzt gerade. Ähm, also manchmal ist das ja irgendwie so, man bestellt sich irgendwas und freut sich drauf und dann ist es da und, joa, ist halt da. Aber irgendwie bin ich einfach gerade echt so happy über die Sachen. Stehen hier auch noch auf dem Schreibtisch offen und noch nicht weggeparkt. Und irgendwie, ja, freue ich mich darüber gerade sehr. Ist ganz schön. So. Du kommst jetzt hier noch hin. Hauptsache ich habe überhaupt genug Platz zum Beschriften gleich. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, das macht das doch noch irgendwie ein bisschen, bisschen voller und ein bisschen schöner hier. Aber ich habe jetzt gar kein Zeitungsbild benutzt. Hm. Ja, die mag ich auch sehr. Die waren irgendwie auch mal von Kaffee Analog, glaube ich. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber da bin ich doch auch sehr froh, dass ich die habe. Jetzt kommt die noch hier so hin. Sturzflug Motte. Oh, jetzt habe ich auf das Tape gestempelt. Das musste ich wahrscheinlich gut trocknen lassen. Und, ähm, ja, ich denke, dass ich das jetzt dabei belasse. Ähm, ich bin nicht sicher. Es ist jetzt irgendwie doch ganz schön durcheinander geworden. So, insgesamt, ähm, mir fehlt ein bisschen die Struktur. Das ist mir hier ein bisschen besser gelungen. Aber die ist auch nur halb so voll, ne? Ja, also, lasst mir gern mal eure Meinung da. Und, ähm, ja, ich würde das jetzt im Nachgang dann irgendwie mal beschriften, wenn das hier getrocknet ist alles. Und, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen, äh, gefallen. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Ciao.